Ich rasiere in meinem Reisekoffer, jeder weiß, ich bin ein Statussymbol für alle Glatzen, so wie Meisterpropper, ich bin nicht reich an... Gringo! Oh oh, aua. Gringo ist sauer. Ich weiß nicht, was der letzte Song ist, den ich mit Gringo gehört habe oder von Gringo. War das Badewanne? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas war das. Produziert ist das Ganze von Goldfinger, nice. SLS Music hat wahrscheinlich die Produktion dann dahinter gemacht, die Aufnahme und so weiter. Mix wahrscheinlich auch, weil Mastering ist nur der Volker. Video ist von Dominik Krämer und FX auch noch jemand anderes. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Was ist los, Alter? Kommt langsam mal sicher die ganze Oldschool-Mucke wieder zurück? Krass. Ich muss sagen, gerade bei Fahrt war schon alte Schule so, aber hier vom Beat her ist halt nochmal so oldschooliger Vibe. Und dann mit dieser Gringo-Stimme, die man halt eigentlich so nur von moderneren Songs und so weiter kennt. Finde ich super witzig, Alter. Eigentlich ist sein Flow auch immer gleich, ne? Also es erinnert mich immer wieder so an die ganzen Sonnenbank-Flavor-Songs und so weiter, wo einfach so Sachen aufgezählt werden, ohne so großen Zusammenhagen. Aber das ist halt einfach Gringo's Style, ne? Ist auf jeden Fall Kopfnicker auf dem Beat. Walle, weiße Pallen, Telefon offline, Stress wegen alle. Zuflucht, Kaffeeshop, romantische Rote. Vier Blocks, Rolle, Merde ohne Kontrolle. Chape kann schießen, ohne viele Worte. Aua, oa, Gringo ist sauer. Ladevolle Magazin, Automatik, sich sauer. Aua, Aua, Gringo ist sauer. Ladevolle Magazin, Automatik, sich sauer. Aua, Aua, Gringo ist sauer. Ladevolle Magazin, Automatik, sich sauer. Aua, Aua, Gringo. Ich weiß nicht, ich hab so übelste DJ-Premier-Flashbacks oder so Gangstar und wie sie alle in der, ne? Jetzt nicht unbedingt Mobb-Deep, aber so diese heftigen Oldschool-Vibes. Aber nicht dieser Oldschool, der, weiß ich nicht, Beatnuts oder so. Das war halt gar nicht meine Mokule, sondern so, ja, so richtig Gangstar und so. Aua, Ladevolle Magazin, Automatik, sich sauer. Playing Jane, SLS Space Shuttle, Rocket Puffen, NASA stattet, Asche landet. Gucke aus dem Fenster, Horizont dämmert. LED-Sternschnuppen, BMW M-Drücken, Gringo-Plantage. Alles leuchtet neon-grün. Vor mich stehen Aliens, Hintergrund Canyon. Ich verstehe den Zusammenhang von dem kompletten Text halt einfach null, ne? Auf einmal irgendeine Schatzkarte, irgendwo, gell, Gold und gell, ja, kein Plan. Alle Freunde fährt Frucht, Zwerge, Hays, Waldbrand. Lass Rakete starten, Crackship, Enterprise. Split ist heiß, wie viel ist der Preis? Nein, nein, lass mal diese Jauche. Was ich brauche, pures TRC. An was erinnert mich der Beat? Ich würde doch eher Mob Dieb sagen, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob Hell on Earth, aber so diese Folge der Klaviernoten und so weiter erinnert mich so übertrieben an Mob Dieb. Jetzt auf einmal doch. Shook Once. Ja, irgendwie so eine Mischung davon, ne? Finde ich übertrieben atmosphärisch und geil. Und die Drums so richtig kopfnecker. Aber man hört auch, dass so ein Detuned auf dem Klavier ist. Also das Klavier wird, ist schon ein bisschen schief, was halt bei Trap hauptsächlich gemacht wurde. Und das wurde so, also dieser moderne Aspekt wurde halt in so einen richtigen Oldschool-Beat irgendwie mit reingebracht. Finde ich super geil gemacht von Goldfinger, ne? Ich verstehe halt auch gar nicht, was es mit Pink Panther auf sich hat. Check ich nicht. Check ich absolut gar nicht. Aber ohne Scheiß, für diese Oldschool-Liebe muss man einfach Liebe da lassen, Alter. Das ist wirklich... Also sowas... Ey! Es geht in sehr geile Richtungen zurzeit, muss ich sagen. Die Musik. Also Fahrt macht wieder Oldschool-Mucke. Gringo macht Oldschool-Mucke. Dann haben wir natürlich die ganzen Klassiker-Leute, die auch natürlich ein bisschen Oldschool-Liebe klingen und so. Nee! Die Musik. Bis zum nächsten Mal.